Der Schmerz ist immer noch da und es tut weiterhin unfassbar weh, aber es hilft ja nichts. Liebe geht weiter, Freunde, hat schon ein erfolgreicher ehemaliger Trainer gesagt. Und damit herzlich willkommen zurück zu unserer wunderbar herrlichen fränkischen Reise mit dem 1. FC Nürnberg. Herzlich willkommen zurück im Fußballmanager-Let's Play auf YouTube. Und ja, ihr wisst, gehe ich mal schwer von aus alle, wovon ich gerade gesprochen habe. Wenn nicht, unbedingt die letzte Folge abchecken, beziehungsweise vielleicht dann auch lieber nicht. Es war der absolute Wahnsinn. Die Relegationsspiele gegen den FC Augsburg, sie gehen so ein klein bisschen in die Geschichtsbücher ein. Wir werden heute nochmal so eine kleine, was heißt eine Analyse machen, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber wir werden kurz nochmal ganz kurz reinschauen in diese zwei Partien. Dann werden wir so ein bisschen unsere Erkenntnisse aus der ganzen Saison ziehen. Und dann versuchen wir nach vorne zu blicken. Das sind viel zu viele Phrasen heute schon wieder. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Checkt gerne die Links in der Videobeschreibung. Wenn ihr auf Twitch mal mit dabei sein wollt, nahezu täglich ab 10 Uhr live. Und wenn ihr euch den FM holen wollt, ist da ebenfalls ein Link unten in der Videobeschreibung. So, das, meine Damen und Herren, das war das Hinspiel. 2,23 XG zu 0,73 gepaart mit 61% Ballbesitz, 89% Passquote als Zweitligist gegen den Drittletzten der Fußball-Bundesliga. Eine Wahnsinnspartie. Aber ihr seht es natürlich auch anhand der offensiven Spielbewertungen, um es mal so zu formulieren. Die Dinger wollten nicht rein. Das ist das Größte. Da kannst du auch hinten mal, wir hätten wahrscheinlich selbst zwei gegentorisch kriegen können. Da hätten wir halt drei gemacht. Hätten wir es auch gewonnen. Das ist das Hinspiel. Und im Rückspiel, das Ganze dann zu Hause im Max-Morlock-Stadion. Ihr seht es, da sieht es auch nicht großartig anders aus. Ja, da kommt ein Elfmeter mit rein. Der XG ja dabei, weiß ich nicht, 0,75 grob, 0,78, glaube ich, sowas in dem Dreh. Okay, aber alles in allem, über beide Spiele sind wir eigentlich, nicht eigentlich, sind wir die bessere Mannschaft gewesen. Hätten uns den Aufstieg verdient. Jetzt mal ganz unabhängig von dem Thema Relegation, Relegation abschaffen, blablabla. Aber am Ende ist es auch der Sport, so wie wir ihn kennen. Fußball ist eine sehr unfaire Sportart manchmal. Da kann es halt auch mal sein, dass über zwei Partien das Ganze dann so ausgeht. Nichtsdestotrotz, ich habe mir natürlich wieder eure Kommentare angesehen. Und einer, der mir aufgefallen ist, der das Ganze auch nochmal so ein bisschen gut beschreibt, was ich in der letzten Folge angesprochen habe, war von Kunibert. Vermutlich sogar besser, wenn noch eine Saison Zeit ist, um sich auf die 1. Liga vorzubereiten. Es wäre wahrscheinlich brutal geworden in der Bundesliga. Wir wären gerne trotzdem aufgestiegen, sage ich euch ganz ehrlich, hätte ich jederzeit genommen. Aber es wäre höchstwahrscheinlich der absolute Wahnsinn gewesen. Naito schreibt auch nochmal, für die neue Saison lautet das Ziel eigentlich mehr Tore schießen und weniger Tore bekommen. Das wäre schon mal gut. Ich bin wirklich gespannt, wie du diesen Kader zur neuen Saison umbauen wirst. Das Baustellen gibt es ja einige. Ich freue mich daher auf die Folge später. Ich habe übrigens einen Tag keine Folge hochgeladen am gestrigen Tag. Das werdet ihr jetzt sehen, wenn ihr die Folge da mitkriegt. Da war nichts. Ich musste mich erst mal sammeln, Freunde. Wir mussten erst mal sammeln. Ansonsten, Mundabwischen weitermachen, geile Folge. Mal hat man Pech und manchmal gewinnen die anderen. Klassiker, auch ein guter Spruch. Also es gab sehr viele bemitleidenswerte Kommentare. Es gab sehr viel Mitleid. Das ist glaube ich das, was ich sagen wollte. Und das ist absolut verständlich. Es war sehr bitter. Aber wie angesprochen, das was jetzt ansteht, ist der Weg in Richtung nächster Saison. Und dadurch, dass das ja ein relativ großer Zeitraum ist, über den wir reden. Also am 30. Juli 2023 hat die Saison gestartet. In dieser Saison oder im Vorjahr, wenn man so will. Das heißt, wir hätten ab jetzt ungefähr zwei komplette Monate Zeit. Ich bin so ein bisschen am überlegen, wie wir das machen. Ich meine, auf Twitch, wenn ich in meinen Streams bin, da passt sich ja das immer ganz gut, weil man da relativ viel labern kann und zwischendurch ein bisschen quatschen und dies und das und andernas. Mal gucken, wie ich das auf YouTube mache. Ob ich euch auch komplett mit reinnehme oder manche Sachen so ein bisschen Off-Stream mache, um diese Sommerpause ein bisschen zu kürzen. Das Thema Transfers, das diesen Sommer natürlich sehr interessant wird. Das werden wir aber mit Sicherheit natürlich mit reinnehmen. Heißt, auch das schon mal als Info für euch. Jegliche Ideen, jegliche Vorschläge, jegliche taktischen Spielchen, jegliche Spielervorschläge, jegliche Scouting-Aufträge, jegliche Art und Weise, wie man scoutet. Alles, was in irgendeiner Art und Weise zu so einer Art Vorbereitung kommt. Gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Bin ich sehr gespannt und natürlich wie immer offen auf eure Meinungen. Prinzipiell sieht es meiner Meinung nach eigentlich, was das System angeht, ganz gut aus. Also ich glaube tatsächlich, dass ich mit dieser Art des Systems auch in die neue Saison gehen will. Es wird natürlich mit Sicherheit den ein oder anderen Interessenten geben. Wir haben es hier schon mal kurz. Ich hoffe, man sieht es genau. Der HSV ist angeblich an Nathaniel Brown dran und Holstein Kiel angeblich an Schohangbo. Das liegt bei ihm aber wahrscheinlich auch mehr daran, dass der... Ah ja, nee, guck mal. Ich wollte gerade sagen, dass die den eventuell leihen wollen. Möchte ich nicht. Schohangbo, der zum Ende der Saison echt noch mal brutale Leistungen gezeigt hat. Hier habt ihr es noch mal. Mit einer Durchschnittsnote von 6,96. Einmal Spieler des Spiels. Zwei Buden gemacht. Eine Vorlage bei nur vier Startelfeinsätzen. Den werden wir weiter fördern. Aktuell ein durchschnittlicher Spieler. Tendenziellen Spieler für die zweite Liga. Das heißt, wir werden bei diesem Flügelsystem bleiben. Ansonsten natürlich die ganz große Frage, was passiert mit Janil Masusun. Der Mann hat noch bis zu 26 Vertrag. Aktuell zumindest kein richtiges Interesse an ihm da. Nichts hinterlegt. Das ist soweit in Ordnung. Ich werde auch tatsächlich mal bei Hangbo kurz die Notiz rausmachen. Und das gelbe Pünktchen, Freunde, das ja bei mir immer symbolisiert, den will ich loswerden. Damit arbeite ich ja so ein bisschen. Das passt. Ansonsten natürlich der Ichi Hayashi. Nächste Frage. Was tun? Ausstiegsklausel in Höhe von 900.000. Mit Sicherheit unter Marktwert, die Klausel. Aber erstens mal haben wir die Kohle-Fragezeichen. Und zweitens mal wollen wir die Kohle dann ausgeben, auch wenn der Marktwert höher sein wird und wir ihn dementsprechend gewinnbringend verkaufen könnten. Aber damit würden halt auch schon mal 900.000 von unserem Budget weggehen. Das jetzt im Normalfall, wir schauen mal, nicht allzu hoch sein wird. Also das wird das nächste Problem werden. Frederik Eickel, den haben wir Gott sei Dank geholt. Ikene und Enrico Valentini, die uns ja verlassen. Also das sind lauter Themen, die brutal interessant werden. Bei der Hayashi haben wir immer noch Zeit bis zum 30.06., da eventuell was zu machen. Aber das wird dementsprechend spannend. Heißt, ich würde vor allem heute mal den Fokus drauflegen, so ein bisschen den Kader durchzugucken. Ich glaube, das werden wir sogar größtenteils in dieser Übersicht machen, um zu schauen, welche Spieler wir loswerden wollen. Einfach nochmal komplett drüber zu gucken, welche Spieler wir behalten wollen. Und dann so ein bisschen auszumachen, auf welchen Positionen Bedarf besteht. Ich glaube, das macht tatsächlich am meisten Sinn. Fangen wir jetzt relativ klassisch an. Erstmal die Info, ja, ich bin in der normalen Kaderübersicht. Ich mag irgendwie diesen Kaderplaner nicht so sehr. Deswegen mache ich das meistens in der Sicht. Problematik bzw. Geschichte Chris Martenia. Da geht es schon mal los. Ich glaube, aufgrund unserer aktuellen Situation, in der wir uns befinden, haben wir momentan nicht die finanziellen Möglichkeiten, auf der Torhüterposition großartig was aufzumachen. In 33 Einsätzen, 46 Gegentore, 10x zu 0 gespielt, Durchschnittsnote von 6,82, dreimal Spieler des Spiels. Hat jetzt nicht die allerbeste Saison erwischt. Das muss man auch ganz offen und ehrlich so sagen. Die Frage ist tatsächlich, Karl Klaus, der in dieser einen Partie, die er gespielt hat, eine 6,2 hat. Ich glaube fast, dass wir auf der Position das erstmal so lassen werden, wie es bisher ist. Außer es tut sich was, wo wir sagen, okay, da wird irgendjemand vereinslos gerade frei oder sehr, 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 sehr günstig zu haben sein. Dann kann man darüber nachdenken. Aber ich glaube, ansonsten haben wir tendenziell eher noch größere Baustellen erstmal und können eben nicht alles auf einmal machen. Links hinten, würde ich fast behaupten, sind wir weiterhin sehr, sehr stark aufgestellt. Mit Erik Weckesser, mit Tim Handwerker und mit Nathaniel Brown. Das Einzige, was wir so ein bisschen gucken müssen. Tim Handwerker aktuell besorgt. 12 Einsätze von Beginn an. Da würde ich natürlich trotzdem einen Nathaniel Brown einfach weiter vorne sehen. Das ist klar. Das heißt, ein Brown, schauen wir mal ganz kurz rein, ist aktuell begeistert. Den werden wir auch, werden die bereits bestehenden ersetzen. Ja, ich kann den auch direkt mal zum Stammspieler machen. Das ist der Plan. Dann ein Tim Handwerker, wird wahrscheinlich nicht ganz so zufrieden sein, wenn ich ihn eventuell hier runter mache. Ne, das geht sogar. Okay, dann gehen wir bei Tim auf Rotationsspieler. Und Erik Weckesser ist die Frage. Der ist auch Rotationsspieler. Momentan besorgt das Geile bei ihm, dass er halt so wirklich komplett variabel einsetzbar ist. Das ist schon was sehr Starkes. Das heißt, ich würde ihn da schon ganz gern, ganz gern behalten. Mit 349.000, das ist auch soweit noch in Ordnung. Vertrag bis zu 26, auch gut. Frage ist, gibt er sich als Joker zufrieden? Ja, regelmäßig gelegentlich Chancen. Ergänzungsspieler ist dann eigentlich fast noch besser. Moral ist ganz gut, müsste man mal gucken. Ist über seine Einsatzzeiten besorgt, aber er meckert nicht. Also, wenn wir das ganz gut hinkriegen, wäre das perfekt. Und damit wäre eben diese Linksverteidiger-Position Wahnsinn. Noch dazu ja auch ein Jannis Horn, den wir haben. Aber es sollte auf jeden Fall Nathaniel Brown auf der Seite spielen. Dann haben wir in der IV Amo Gürlien gemeinsam, eigentlich ja mit einem Finn Jeltsch. Das ist auch hoffentlich und meiner Meinung nach wieder das Duo, mit dem ich spielen möchte. Jeltsch zu 100%. Das sollte man eventuell sogar gucken, ob man bei ihm nochmal in eine Vertragsverlängerung geht. Und übrigens, Freunde, Kaffee ist heute am Start, natürlich. Das wäre definitiv nochmal Wahnsinn. Gürlien, da gab es ja so ein bisschen die Probleme. Er ist begeistert, aber wir hatten finanziell gesehen so ein bisschen Probleme mit ihm zu verlängern und wollten ihm nicht das bieten, was da einst stand. Oh, übrigens, die könnten wir verkaufen. Rund um Flick, 154.000. Ja, bin ich aber zumindest mal, was die zwei geht, zufrieden. Ich würde aber trotz alledem, und das ist, das ist das, was ich mir hier aufschreibe, auf meinen herrlichen Blog, den wir damals, als wir zu Gast waren, bei Sports Interactive in London, Freunde, da wurden wir einst eingeladen, haben wir so einen schönen Blog gekriegt. Da schreibe ich mir das immer ganz gern auf. Also, was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein IV-Ballspiel, in dem Idealfall, aber groß, physisch stark. Also, eigentlich so ein bisschen Gürlien-Like, einfach, damit wir da nochmal eine Option haben. Das würde bedeuten, wir haben auf dieser Seite Fynn Jeltsch gemeinsam mit Jannis Horn. Auch da die Sache, Rotationsspieler bei Jeltsch, Jannis Horn Stammspieler. Boah, ich glaube nicht, dass der da runter geht. Der geht da nicht runter, ne? Okay, da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Tatsächliche Einsatzzeiten, Schlüsselspieler erwartet, zu den wichtigsten Spielern des Vereins zu gehören, und so viele Spiele wie möglich zu bestreiten. Ah! Ah! Ja gut. Ähm, aber würde ich behaupten, das ist geil. Also Horn und Jeltsch, die sich da abwechseln, einer von beiden spielt, passt. Und dann brauchen wir eben nochmal einen Backup für Gürlien. Rechtsverteidigerposition haben wir aktuell, Jan Djamra, mit dem ich auch durchaus planen wollen würde. 27 Einsätze, 2 Tore, 5 Vorlagen, insgesamt ein Notendurchschnitt von 7,06. Das ist sehr gut. Mh, das heißt, den werden wir mit Sicherheit behalten. Der Mann, dessen Vertrag allerdings ausläuft, und er sondiert aktuell die Optionen. Das seht ihr hier. Also da muss man gleich nochmal gucken. Und das sollten wir uns auch offen halten. Aber ich möchte ihn nicht verkaufen. Ich glaube auch nicht, dass, genau, irgendjemand dran ist. Jeltsch, als Rechtsverteidiger, hat was. Aber auch da, die Sache, dahinter wird es dann fast ein bisschen schwierig. Enrico Valentini verlässt uns. Thailand Duman sehen wir da natürlich nicht. Ähm, Ali Luhn sehen wir da auch nicht. Das heißt, wir brauchen auch definitiv nochmal einen, ähm, RV-Backup. Das schreibe ich mir auch nochmal auf, Chat. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Seid ihr auch Oldschool-FM-Zocker und schreibt alles mit Zettel und Stift auf? Oder macht ihr alles ingame? Oder per Notiz am PC? Ich, ich muss das, ich muss das hier auf meinen Blog schreiben, damit das funktioniert. So, äh, Defensive-Mittelfeldspieler. Ach so, Moment. Da kommen wir ja rein, Freunde. Wir haben doch Jekyll geholt. Wahrscheinlich habt ihr schon in die Kommentare reingetippt. Wir haben doch Mr. Jekyll geholt. Ich vergaß, ich vergaß. Das schreibe ich mir mal mit dazu. Ich klammer das mal ein und schreibe Jekyll dazu. Gott, oh Gott, oh Gott, Freunde. Das wäre natürlich wieder super gewesen. Das heißt, wir haben ja zumindest schon mal den vierten IV. Die Frage ist nur, ja, wir haben diesen Imfundu als Perspektivspieler. Der aber wirklich nur Nummer 5 ist. Und ansonsten... Wird schwierig. Niklasian, den sehen wir da logischerweise nicht als IV. Okay, okay, okay. Ja, gut. Wir können das übrigens auch mal kurz ein bisschen besser sehen. Wir müssen uns sortieren, indem wir sagen... Halt, Geisi auch nicht. Indem wir sagen, wir packen jetzt mal kurz alle auf die Bank, die noch eine Rolle spielen. Goller, da nehme ich ihn mal drauf. Da müssen wir noch mal überlegen. Und alle, die keine Rolle spielen, beziehungsweise eben uns verlassen sollen, lassen wir. Okay. Das würde bedeuten, ab Valentini, abwärts. Valentini geht. Lauren soll gehen. Geis soll gehen. Daferner soll gehen. Und Kenanildes wird gehen aufgrund seiner Laie. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Kastrop, da schauen wir nochmal rein, ist noch drei Wochen bis zwei Monate raus. Okay. Ja, das ist die Frage, ne, mit Benni Goller. Das ist tatsächlich die Frage. Er ist besorgt. Ich glaube aber, wir werden versuchen, ihn zu verkaufen. Wir werden verkufen, äh, verkufen. Wir werden gucken, dass wir ihn verkaufen. Ja, ja, okay. Passt. So, dann eben auf der Defensiv-Mittelfeld-Position. Ganz klar, meiner Meinung nach, Florian Flick. Gefällt mir da sehr gut. Wir haben noch einen Jens Kastrop, der eben zurückkommt. Wir haben den Finjelsch, den wir aber als IV sehen. Wir haben auch einen Di Benedetto, Ali Lun. Also ich glaube, diese Position allgemein, diese Zentrale, ist ganz, ganz gut. Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir da großartig was machen müssen. Man könnte nochmal gucken. Ich meine, ein Flick ist wahrscheinlich der Einzige, der wirklich so komplett defensiv bedacht ist. Also gefühlt, aber schon natürlich auch nach vorne, ähm, also technisch Qualität hat, ne. Aber er wäre wirklich der am defensiv denkendste. So ein Puerta ist auch nochmal eher einer, der dann mit nach vorne geht. Geht da, geht bei jeder Gelegenheit mit nach vorne. Ähm, dann hast du einen Jens Kastrop, der auch einfach ein Wirbelwind ist. Hart arbeitender Mittelfeldspieler, der auch mit nach vorne geht. Äh, prinzipiell. Und einen Samuele Di Benedetto, der, der auch den Weg nach vorne sucht. Auch wenn er hier als defensiver Mittelfeldspieler eingestuft wird. Ich sehe ihn ja trotz alledem fast mehr ein bisschen auf der, auf der offensiveren Position. Oder dann eben als Ersatz für einen Mats, Möller, Dehli. Auch wenn da Flair, äh, nicht unbedingt auf der ZMA-Position so mit drin ist. Aber das passt. Heißt im Grunde genommen, könnte man eher nochmal schauen, ähm, mach ich auch mal in Klammern, ähm, Flick, Ersatz, Fragezeichen. Ähm, das Einzige, was mir gerade auffällt, wir haben noch Ali Luhn, den sollten wir nicht vergessen. Und Niklas Jahn. Aber kann man das den beiden schon zutrauen? Also vor allem einem Niklas Jahn, Fragezeichen. Kraft 2, äh, das ist halt, ganz ehrlich, den müssen wir eigentlich nochmal verleihen. Was wird denn hier ihm bescheinigt? Extraklasse in der Regionalliga. Ähm, muss physisch stärker werden. Oh ja. Das heißt, das geben wir ihm definitiv mal mit. In der Zentrale, als defensiv denkender Mann, mit 1,68, 58 Kilo und zweier Kraft. Der Mann ist noch nicht wirklich gebaut für die, jetzt wollte ich schon sagen, für die Premier League, für die Bundesliga oder für die zweite Liga, die ja noch ein bisschen physischer ist. Ähm, da läuft tatsächlich der Vertrag aus. Ich wollte gerade sagen, den haben wir schon verlängert. Okay, das hätte mich jetzt stark gewundert. Also er ist noch nicht so weit. Ali Luhn dagegen? Definitiv. Ali Luhn, guter Spieler für die dritte Liga aktuell. Ähm, aber das passt. Das bedeutet, Backup für Flick, momentan Ali Luhn. Ähm, Backup für Thailan Duman ist einmal Kastrop und Puerta. Und Backup für Möller-Dehli ist ein Samuele Di Benedetto. Klingt sinnvoll. Klingt sinnvoll. Vorne drin eben ein der Ichi Hayashi. Ich bin mir immer noch unsicher, aber ich bin ehrlich, der Mann hat halt in 31 Spielen 13 Tore. Das ist alles andere als schlecht. Ähm, keine einzige Vorlage. Ähm, aber ich glaube fast, dass wir ihn nicht kaufen werden. Wir schauen mal, Hayashi ist als ein einflussreicher Spieler drin. Also da fallen schon ein paar weg. Ne, Valentini fällt weg, Geiss fällt weg. Ähm, Und dann eben hier ein Hayashi. Da müssen dann ein paar nachrücken. Da müssen dann ein paar nachrücken. Und wir müssen auch einen neuen Capitano wählen. Aber gut. Das werden wir sehen. Ist das so gar nicht für einen Yelch, einer der, also, den werden wir jetzt noch nicht als Kapitän machen, aber der hat 13er Führungsqualität mit 17 schon. Okay. Ja, mal gucken. Jamra, der in Real Life ja doch öfter mal am Start ist, hat eine 8. Kannst auch einfach einen Martina nehmen. Ähm, ich weiß nicht, ob ein Gurley ein 12. Müssen wir mal gucken. Aber das schauen wir uns an, wenn es so weit ist. Heißt, da bin ich eigentlich so mehr oder weniger halbwegs zufrieden. Das ist okay. Und dann kommen wir zu den Positionen, die fast ein bisschen interessanter werden, wo wir im Kader nicht so wirklich viel haben. Das ist auf der Flügelposition als inverser Außenstürmer Can Uzu. Und das ist auf der rechten Seite Hangbo. Und das ist eben ein Hayashi, den wir dann dementsprechend auch mal mit rausnehmen. Würde bedeuten, aktuell vorne drin entweder ein Julian Kanya, der definitiv da rein kann, müsste dann vielleicht aber in einer anderen Rolle rein, wirklich als Knipser. Ähm, ist halt die Frage, guter Spieler für die 3. Liga, Spieler der Extra-Klasse für die 2. Liga, ob er so weit ist. Und wir haben eben auch noch einen Kanji Okonuki, der aber mit einem 9er-Abschluss und 8 Fernschüsse dann eher auch wieder auf der Flügelposition meiner Meinung nach zu sehen ist. Das heißt, Okonuki und Hangbo, die sich da so ein bisschen abwechseln werden. Und auf der linken Seite ist es aktuell Jan-Yil Masuzun. Ähm, und eben so vermeintlich ein Weckeser, der Tatsache geschuldet, dass wir da momentan nicht großartig andere Alternativen haben, ne? Ok, das heißt, das wäre mal so ein bisschen meine Kader-Einschätzung. Ich hoffe, ich habe das halbwegs vernünftig an euch bringen können. Ähm, aber das bedeutet auch Flügel, Fragezeichen und definitiv Sturm. Also wir brauchen einen brutalen Stürmer. In echt der Klub ja mit Andersson, der jetzt in Realife, ich hoffe, ich schreibe ihn jetzt richtig, der ja in Realife jetzt langsam anfängt zu treffen. Sebastian, ja, das ist er nicht. Sebastian Andersson, das ist er. Ähm, hier beim HSV-Untervertrag. Aber nur einmal im Pokal eingewechselt worden. Verdient 373.000. Ähm, ist auf der Liste und wurde ablöserfrei verpflichtet. Ja, aber, aber eben nicht getroffen. Aber gut, äh, Sebastian Gröning übrigens, der Mann, der, ähm, zum FC Ingolstadt gewechselt ist. Auch durchaus spannend. Ähm, der da einfach mit vorgeschlagen wird unter Sebastian. Sehr gut. So, äh, ich wollte reingehen nochmal mit euch. Was haben wir denn eigentlich gleich? Äh, nicht, dass ich hier, äh, äh, die Zeit auch ein bisschen aus den Augen verliere, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das Ganze aufnehme, will ich jetzt dann gleich noch streamen. Es ist gerade, ähm, Dienstag. Es ist der 5. März, 17.18 Uhr. Ähm, und, ähm, ich will um 18 Uhr nochmal streamen, Freunde. Ich will nochmal streamen mit Esberg. Da haben wir nämlich auch gerade Kaderplanung. Ich plane gerade in meinem Leben sehr viel, aber größtenteils im FM. Und das ist schön. Das ist sehr schön. So, und zwar möchte ich einmal reingehen in die Scouting-Fokuse, Foki, wie man es auch immer nennen will. Und möchte da so ein bisschen schauen. Also, ich werde die wahrscheinlich gleich alle nochmal neu aufsetzen, aber wir gucken erstmal durch, was mittlerweile gescoutet wurde. Einer, den wir natürlich kennen, Ex-Klubberer Kilian Fischer. Ich weiß gar nicht, ob die den, äh, HSV ist dran, ob die den, ähm, auf die Leihliste gesetzt haben. Nee. Auch das weiter eine Option, mit der wir wahrscheinlich ein bisschen gehen müssen. Ähm, sprich nochmal ein bisschen versuchen müssen zu leihen. Ein Spiel in der Bundesliga gemacht, einmal noch eingewechselt worden. Also, also nicht wirklich viel. Wäre meiner Meinung nach durchaus eine sehr gute Option. Allerdings, ähm, was verdient denn der bei Wolfsburg? Schon, schon relativ viel. Ähm, wir können mal anfragen bei 50-50. Naja, die lehnen erstmal ab. Pack ich aber vielleicht mal, wisst ihr, was wir mal machen können? Äh, ich werde mal eine andere Art angehen, die ich sonst nie mache. Und das nennen wir mal, ähm, Sommer 24. S24. Ich hoffe, da steht es nicht für irgendwas, was fragwürdiges. Wenn nicht, ist keine Absicht dabei. Sommer 24. Ähm, und dann packe ich mal die Spieler, wo ich wirklich sage, äh, hätte ich sehr viel Bock drauf und wären halbwegs irgendwie realistisch. Vielleicht dann Obleie oder sonst was. Äh, warum kann ich den jetzt nicht auf, auf die Auswahlliste setzen, auf die ich setzen, auf die ich ihn setzen? Hier. Ähm, dann packen wir den da mal rein. Drei Monate machen wir mal, dann verschwindet der auch wieder. Das passt. Okay. Und dann, äh, Henning Matriciani, gut, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Wobei der echt brutale Attribute hat, kann sie gar nichts gegen sagen. Also, sieht, sieht vernünftig aus. Der gute Mann. Mittlerweile ist es schon 24, ne? Und, äh, Shurandy Sambo, ein Name wie Musik von PSW Eindhoven. Dribbelt über rechts, Außenverteidiger. Schauen wir doch auch mal rein kurz. Flügelverteidiger auf Angreifen. Extraklasse in der zweiten Liga. Guter Spieler für die Bundesliga. Da gehe, da gehe oder ginge es dann auch tendenziell eher um eine Laie. Ich glaube, ich packe ihn da auch mal mit drauf für drei Monate. Und dann schauen wir mal. Heißt aber, den Scouting-Auftrag werden wir löschen. Wir werden gleich nochmal alle separat einstellen. Dann die Innenverteidigung. Ähm, Christoph Klarer, Koulibaly von Antwerpen, Maglitzer und David Nemetz. Die aktuell vorgeschlagen werden. Die Frage ist, Darmstadt 98, das seht ihr hier nochmal, als 18. aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Aber wir sind ja nicht aufgestiegen. Das heißt, wir spielen in der gleichen Liga. Aber die Frage wird sein, mhm, ob da in irgendeiner Art und Weise manche Leute überhaupt Bock auf uns haben. Ich frage mal kurz. Okay, ja, Gehaltsvorstellungen sind schon mal Wahnsinn. Der hat auch keinerlei Klausel. Also das macht dementsprechend keinen Sinn. Ähm, Koulibaly ist der Mann, der von Dortmund geliehen ist. Sollten wir über eine Laie gehen, müssen wir natürlich dran denken, dass die höchstwahrscheinlich ihn, ähm, so, 9 Millionen Kaufoptionen, aber die ziehen die ja nicht. So, häufig wie möglich spielen lassen und haut mich jetzt, also, brutaler Mann dafür, dass der auch erst 20 ist. Aber wenn wir nur zur Laie haben und wenn, werden wir dann nur eine sehr hohe Ausstiegsklausel haben, die wir uns dann nie leisten können. Weiß ich nicht, ob das dann für uns gerade so viel Sinn macht oder ob man da nicht einen besseren fände, den man leihen könnte für den Fall. Und dann hast du nochmal hier Maglitsa Gelin vom VfB Stuttgart. Passen 11. Ja, so ein bisschen die technischen Attribute können besser sein, ansonsten geisteskrank. Absolut geisteskrank. Mh, 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 müsste man nochmal schauen. Vertragsdetails. Der hat bei Stuttgart noch ein Jahr Vertrag bis 25. Keine Klausel. Fragen wir auch mal an. Ist nicht interessiert, nur wenn wir aufsteigen. Und ich glaube, genau, Leihangebot ist nicht mal, ist nicht mal gerade möglich. Da müssten wir dann nochmal fragen. Ich werde ihn auch mal mit auf diese, auf diese besagte Auswahlliste packen. Mh, auf Auswahlliste setzen für drei Monate. Aber das wird nichts. Und dann nochmal David Nemetz. Der Mann ist 23. Den wollten die, glaube ich, eine Zeit lang loswerden. Interesse ist da von Clermont. Der ist auch schon sehr lange da bei uns mit Aufwahlliste. Relativ fair, bleibt immer hinten. Sehr, sehr, sehr solide Stats. 19 Spiele, 12 von Beginn an in der 2. Liga gemacht. Schauen wir mal. Gehaltsvorstellungen würden gehen, aber das Finanzielle, was die Ablöse angeht, wäre nicht stemmbar. Dann haben wir nochmal fünf weitere Leute hier in der In-Arbeit-Sektion. Das ist mir technisch ein bisschen zu schwach. Emanuel Nziako, so heißt der gute Mann, 20-jähriger Mann vom HSV, junger Innenverteidiger. Interessant auf lange Sicht gesehen. Aber auch nicht das, was wir jetzt gerade brauchen. Christoph Rasper, das ist auch nichts. Ihendu mit 18. von Bremen. Weiß ich aber auch nicht. Und Sam Söthens vom FC Eindhoven. Bei denen waren wir auch eins. FM 23 in der Journey, oder? War das, glaube ich, der FC Eindhoven. Können wir mal löschen. So, 14 Empfehlungen in der Zentrale. Jetzt müssen wir mal schauen, was habe ich denn da gesucht. Ich glaube, ein Misala, oder? Nee, da habe ich einfach zentrale Mittelfeldspieler gesucht. Wir könnten mal mitgeben, Vertrag auslaufend drei Monate. Ist da jemand dabei? Nee, das ist dann dementsprechend fast ein bisschen nutzlos, weil wir auf der Pose jetzt aktuell nichts mehr brauchen, so wirklich. Wir haben uns aufgeschrieben, höchstens nen Flick Ersatz. Also dann wirklich einer, der sehr defensiv denkend ist. Das sind jetzt alles eher ein bisschen Spielmachertypen. Connor Madcalf hast du hier noch mit am Start. Und einen Paul Will. Oh, Paul Will wäre natürlich auch nochmal Wahnsinn. Vertrag bis 226. Dynamo Dresden. Ich weiß gar nicht, sind die aufgestiegen? Ja, Dynamo Dresden ist aufgestiegen. Das macht es nicht unbedingt leichter. Ich werde ihn auch mal mit auf diese komische Liste packen. Ähm, für drei Monate, aber ja. M-m-m-m-m-m-m, Andreas Müller. Defensiver Mittelfeldspieler. Ich hätte halt schon ganz gerne einen auf der 6 als DM auf unterstützen, der ein bisschen technisch stark ist. Das muss er schon sein. Aber der allen voran Stellungsspiel, Tackling, Deckung und, ähm, ich sag mal, Größe, Gewicht, Kraft, ähm, ne, also physisch sehr stark ist. So ein Gürligen, der ein bisschen auch noch Fußball spielen kann. Übertrieben gesagt, ihr wisst, was ich meine. Ähm, für die 6. Das wäre, glaube ich, so das, was ich mir, was ich mir vorstelle. Ähm, Fernandes Neto. Was ist nochmal der von den, von den Düsseldorfern? 18 Jahre jung. Lass uns mal draufgehen, wobei das gefühlt auch ein bisschen eher einer ist, der, der alles kann, ne? Könnte es ja wahrscheinlich ganz gut Box to Box. Hm, kann auf jeden Fall alles, aber, wird nicht gelistet sein, wird keine Klausel haben, fragen wir mal an, vorsichtig, ist nicht interessiert. Okay, war klar. Einer noch in Arbeit, Thomas Markowski, als Bäm, 24 Jahre alt. Oh, wieder ein bisschen klein. Werden wir auch erst mal löschen. Dann gehen wir mal ganz kurz rein in die Stürmer. Äh, und jedes Mal kommt dieser Mann aus Ungarn, Jalan Vangca. Jalan Vangca. Der hier durchaus als sehr, 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 sehr interessant eingestuft wird. Extra klasse in der 2. Liga, aber auch das, 1,9 Millionen, das sehe ich nicht. Und, äh, Magino von Köln, wollte ich schon sagen, von Kiel. Äh, 32 Spiele, 12 Tore, 5 Vorlagen. Tatsächlich aber niemand an ihm interessiert so wirklich. Ja, wird auch zu teuer werden. Ähm, wird auch zu teuer werden. Allein die Gehaltsvorstellung zwischen 1, 1,3 und 1,6. Das ist wahnsinnig weit. Vagia von Elversberg beziehungsweise Gelin vom VfB Stuttgart. Der wird nicht großartig schon mal Schritte machen beim, beim VfB. Ist aber ein interessanter Mann. Tatsächlich auch ein Däne. Ich werde ihn mal auf die Liste setzen, aber wahrscheinlich auch nicht der Spielertyp, den wir wollen. Und dann haben wir hier nochmal Patrick Klimala, pressender Stürmer von Schlaschk. Perfektionist als Persönlichkeit. Sehr geil. Aber alles in allem auch, was den Abschluss eingeht, da brauchen wir einen, auf den wir uns mehr verlassen können. So, da gehen wir nochmal kurz durch. Durchauslaufende Verträge. Merve Papella. Äh, Papella. Papella. Der wäre so Wahnsinn, ne? Und Kevin Cesar. Bei dem fehlt mir ja so ein bisschen die Kraft. Ich will ein bisschen mehr Physis in unsere Mannschaft bringen. Aber das wäre schon, Freunde. Da müssen wir auch nochmal was machen. Aber Papella wäre halt ansonsten Wahnsinn. 23, durchaus noch Qualität. Abfindung nix. Oh, ist sogar leicht interessiert. Ne, ist nicht interessiert. Wir können ihn auf jeden Fall auch mal mit auf diese Auswahlliste setzen. Und ich werde ihn mal ein wenig anwerben. Schauen wir mal, ob dann was passiert. Er wird berichtet, dass der Spieler zu einem Wechsel tendiere. Es wird mal geschaut. Ist ein guter Spieler, sagen wir schon mal. Dann haben wir das vorbereitet. Und gucken mal, ob da was möglich ist. Und eben, wie gesagt, ein Kevin Cesar. Auch ein Wahnsinns-Allrounder. Aber dann lieber Papella. Dann haben wir hier nochmal einen Acolo von St. Gallen. Inverser Außenstürmer. Wo hat denn der gespielt? Düsseldorf? Stuttgart. Stuttgart-Paderborn. Okay. Hat jetzt irgendwie Düsseldorf im Kopf. Ist besorgt, aber... Ist nicht schlecht. Haut mich jetzt aber gerade nicht um. Man ist 29. Können wir erstmal löschen. Und dann haben wir nochmal die Vereinslosen. Das ist einmal mehr Stuffy-Lidies. Ähm... Aber auch den können wir löschen. Okay. Heißt... Oh, wo kommt er hierher? Jacob Green? Von Wiesbaden? Ähm... Heißt, wir werden jetzt einmal reingehen und werden Scouting-Foki erstellen. Ähm... Ich möchte zum einen... Das haben wir angesprochen. Eventuell nochmal einen IV. Wir haben jetzt Jekyll. Das heißt, ich möchte da, wenn es geht, wahrscheinlich auch einen eher jüngeren. Ich mache mal bis 25. Ähm... Mache mal zwei bis so laufend. Beziehungsweise, nee, das können wir Standard machen. Eher ein Transfer. Und ich hätte bei den IVs schon einen, der zumindest, sagen wir mal, 1,88 ist als Ausschlusskriterium. Und wir können tatsächlich auch mal reingehen und das Gehalt ein bisschen einschränken. Ich glaube, das macht das macht durchaus Sinn. Das wäre der IV. Dann der Rechtsverteidiger-Backup. Ähm... Flügelverteidiger richtig. Da haben wir Chamra. Also da würde ich auch ganz gerne einen Jungen hinten dran nehmen. Im Idealfall auch wieder vielleicht so die Richtung. Auch Transfer. Das können wir auch auf Standard machen. Und recht viel mehr gebe ich gar nicht mit. Das ist in Ordnung. Was haben wir eigentlich Mitteleuropa. Okay. Ähm... Dann der Flickersatz. Dann der Flickersatz. Machen wir auch mal so... Transfer bis 29 gebe ich da gerne mal mit. Größe will ich auch. Wie gesagt, zumindest mal 1,85. Machen wir mal 1... 1,83. Aussortieren können wir immer noch. Passt. Dann... Auf dem Flügel. Mh... 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 Transfer und Laie da gerne. Da haben wir ja auch bis 29. Das würde ich auch auf Standard erstmal lassen. Einfach mal grob ein bisschen gucken. Da haben wir auch schon ein paar Empfehlungen. Da schauen wir uns alles an. Also wahrscheinlich eher in der nächsten Folge. Äh... Und last but not least und das wird natürlich wichtig der sogenannte Stürmer. Ich mach mal beliebige Rolle. Geh auf maximal 30 und da will ich schon... Da machen wir mal 3 Sterne und top. Also das sollte schon jemand sein, der... der was versteht von seinem Fach. Das geben wir auch mal mit. Neuen Empfehlungen. Da müssen wir halt dann wie gesagt gucken. Da kommen noch mal einige mit dazu, die wir kennen. Oh, Luca Pfeiffer wäre auch interessant. Wäre auch mega interessant für die zweite Liga natürlich, ne? Aber gut. Oskar Wilhelmsson haben wir auch angesprochen. Auch so ein Brecher da vorne oder... Ne? Durchaus ein Brecher mit 1,88. Ist alles interessant. Aber wie angesprochen, das gucken wir uns an, wenn es soweit ist. Das Einzige, was ich auch noch machen wollen würde, ist einmal hier auf alle zu gehen. Ähm... Laufend. Machen wir zwei und so... 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 Und dann gebe ich nämlich hier nochmal mit Vertragsstatus ist auslaufen drei Monate. Das möchte ich einmal machen. Und ich möchte auch noch einmal machen... Oh, Cedric Brunner haben wir da auch gesehen. genau das Gleiche mit... Top-Transfer und dann Vertragsstatus ist vereinslos. So. Halt und laufend. Nicht top. So. Das möchte ich machen. Ganz kurzer Blick nur rein. Cedric Brunner. Papilla und Marcel Hartl eben. Aber wie gesagt, der wird... Der würde nicht zu uns gehen, oder? Der würde nicht zu uns gehen. Ja, dann ist soweit alles eingestellt. Dann ist soweit eine Folge geschehen, wo ich, glaube ich, kein einziges Mal auf weitergeklickt habe, oder? Das ist ja Wahnsinn. Folge ist irgendwie eine halbe Stunde alt oder so und ich habe kein einziges Mal auf weitergeklickt. Freunde, willkommen in meinem Let's Play. In einem Video machen andere einen ganzen Safe. Was machen wir? Wir gucken uns einfach mal um. Freunde oder so. In diesem Sinne, war es das für mich, war es das von mir für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Neunchen nach oben da. Wenn ihr mehr sind wollt, lasst es nach oben, verpasst nichts. Checkt gerne die Links in der Videobeschreibung. Schreibt mir eure Kommentare vor allem unten in die Videobeschreibung. Je nachdem, in welche Richtung wir gehen sollten. Ich bin sehr gespannt, was ihr da so beizutragen habt und wie wir erfolgreich die neue Saison gestalten können. Und in dem Sinn bin ich erstmal raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.